Hallo ihr Lieben da draußen, ich grüße euch. Heute möchte ich euch zu unserem Kurs Lebe Laut einladen. Das heißt, das ist nur ein ganz ganz kurzes Infovideo, das heißt wir starten am 1.5.2020 mit unserem Kurs Lebe Laut, wo du lernst wieder in deine Intuition zu kommen, wo du lernst wieder auf deine Intuition zu hören und wo du lernst aus A, ich funktioniere in dieser Welt, zu B, ich höre auf mich selber und ich erschaffe mir das Leben, was ich mir schon immer vorgestellt habe, was ich mir schon immer gewünscht habe und was ich schon immer leben wollte, in allen Bereichen deines Lebens. Und da starten wir am 1.5. in den Kurs und ich begleite dich in diesem Kurs wöchentlich mit einem Gruppencoaching, weil Gruppencoaching, weil du in der Gruppe eine Gruppendynamik hast und weil da wahnsinnig viel sich bewegt und verändert und weil gemeinsam Veränderung am allerschnellsten und am einfachsten geht. Und da schaue ich mir in diesem Gruppencoaching all deine Probleme an, die du hast und gebe dir ganz viele Tipps und Ratschläge und Anregungen. Wir sprechen über den Kurs, wie du mit dem Kurs klarkommst. Der Kurs ist ein Online-Kurs, den kannst du online durcharbeiten zu jeder Zeit und Stunde, wann du dafür Bock und Zeit hast und wann es einfach so deinem Tagesgeschehen entsprechend am besten funktioniert. Und es ist ein Audiokurs, genau, jetzt habe ich überlegt, was wollte ich sagen. Es ist ein Audiokurs, das heißt, du kannst dir Audios anhören, kannst dir Kopfhörer auf die Ohren bappen, kannst es über das Handy hören, ist ein interner Mitgliederbereich, in den du reingelassen wirst und dann kannst du dir diese Audios anhören. Das heißt, du musst nicht stundenlang lesen, du kannst einfach mir zuhören und wenn du meine Stimme magst und meine Art, dann wird dir auch dieser Kurs gefallen oder dann wird dir auch diese Art der Audios gefallen. Genau, und in diesem Kurs möchte ich am 1.5. mit 10 bis 15 Personen starten. Eine kleine Gruppe, damit es einfach übersichtlich ist, auch in der Zusammenarbeit. Hast du ganz tiefe Themen, die du gerne nur individuell mit mir besprechen möchtest, dann können wir da gerne auch für diese Themen in ein Einzelcoaching gehen, was vielleicht nicht für die Gruppe unbedingt geeignet ist. Da bin ich auch veroffen und mehr als 15 Personen sollten es aber definitiv nicht werden, damit es wirklich einfach eine kleine übersichtliche Gruppe ist, mit der ich einfach richtig schön arbeiten kann. Du kannst diesen Kurs entweder über eine Einmalzahlung bezahlen, ich verlinke dir die Seite für diesen Kurs hier unten drunter. Du kannst aber auch in eine Ratenzahlung gehen, allerdings gibt es da keine... Achso, doch, was, stopp, 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 entschuldige bitte. Du kannst auch in eine Ratenzahlung gehen, dann kannst du diesen Kurs in vier Raten bezahlen, das geht auch. Wenn du längere Raten wünschst, da konnte ich leider über Digistore keine Möglichkeit anbieten, da müsste man eine andere Lösung finden, da steht auch auf der Webseite drin, dass es dann gut ist, wenn du einen Dauerauftrag vereinbarst. Wir vereinbaren dann auch parallel einen Vertrag, dass du dich verpflichtest, diesen Kurs über die und die Zeit halt zu bezahlen, damit du auch die Summe, die du die andere einmalig zahlen, halt auch über einen Zeitraum, über einen längeren Zeitraum X abzahlst. Und genau, die Chance möchte ich dir geben oder diese Möglichkeit möchte ich dir geben, damit du, wenn du wenig Geld hast, einfach und du sagst, ich muss was machen, ich möchte was machen, ist es ganz wichtig, dass ich lerne, wieder auf mich selbst zu hören, auf meine Intuition, meinen eigenen Weg zu gehen und so kann das hier letztendlich für mich nicht weitergehen. Und ich möchte mich nicht noch tiefer manövrieren und ich muss raus aus dem Kopf und aus der Funktionalität und einfach ein bisschen gelassener werden und mein Leben wieder so in die Hand nehmen, wie ich das mal kannte. Ich kenne mich so überhaupt gar nicht. Dann möchte ich dir natürlich trotzdem die Chance geben, wenn du wenig Geld hast, dir diesen Kurs trotzdem leisten zu können. Somit habe ich versucht, für jeden eine Möglichkeit zu finden, wie er es bezahlen kann. Allerdings kann man es nicht recht machen, das soll auch gar nicht sein. Und wenn du jetzt wirklich Lust hast, mit mir zu starten in eine neue Zeit, wenn du auch so ein bisschen diese Krise jetzt nutzen möchtest als Chance für dich, als Chance für dich nach vorne zu gehen, egal wie es momentan auch aussieht. Und genau, wenn du wirklich lernen möchtest, von A nach B zu kommen und auch tiefe Veränderungen in dir selbst zu bewirken, da habe ich ein tolles Tool ins Leben gerufen, wo du wirklich lernen kannst, wirklich tiefe Veränderungen ganz schnell und ganz zielorientiert in dir selbst zu bewirken, jetzt hat mir das Wort gefehlt, wo du schnell wieder ins Licht kommst, aus dem Dunkel heraus, sage ich mal, und schnell wieder an neue Lösungen kommst und schnell wieder in dein Leben zurückkommst, dann möchte ich dich wirklich einladen, mit mir in diesen Kurs zu starten, in Level Out und in eine gemeinsame Zusammenarbeit. Wie gesagt, alles, was du dazu brauchst, verlinke ich dir unter das Video. Ich freue mich jetzt schon auf dich. Ich freue mich auf dich, am 1.5. mit dir zu starten. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn wir gemeinsam einen Weg gehen und freue mich echt auf eine gemeinsame Zeit und auf viele Veränderungen. In diesem Sinn grüße ich dich ganz, ganz lieb und lass es dir für immer gut gehen und bis dahin vor allen Dingen. Und solltest du vorab Fragen haben, dann verlinke ich dir unten drunter noch meine E-Mail-Adresse. Also, dann kannst du mich per E-Mail sehr, sehr gerne vorab kontaktieren und ich beantworte dir deine Fragen sehr, sehr gerne. Lass mir dafür bitte ungefähr 24 Stunden Zeit, aber ich melde mich definitiv bei dir. Von ganzem, ganzem Herzen. Herzlichst, deine Heike. Vielen Dank. Vielen Dank.